Hallo und willkommen zurück in Belgien. Wir haben gerade die Sprecherin geschlafen. Haben wir nicht, weil es schon selber Tag wird. Warte, hab ich alles? Gönst dir. Gönst dir. Ich hab alles. Gönst dir. Du hast sogar die Kassettenrekorder mit Kassetten und ich nicht. Ich hab nur den Kassettenrekorder. Oh, die Mädchen ist wieder da. Die heute ist nämlich fertig. Ja, das ist so. Guck, da ist es noch wieder. Ja, will ich auch nicht. Ja, doch, guck mal, ob du bist. Nein, das mobbt mich doch schon schon wieder. Unser heiliger Teddy Bill. Quartes, der kann wieder Kupfatschaben. Ach, schade. Obwohl, geht das? Ich will durch den Reifen durch. Der Reifen ist aber neu, gell? Manuel, da sind so Dinger da. Kannst du nicht tun. Ich bin mit dem Reifen. Rettensreifen. Ja. Ich schwim mit dem Reifen. Ich schwim mit dem Reifen. Köln der ich weiß nicht ganz es wird und ihn ich konnte was aufheben ich bin ich mach Arschbombe ja hey Uga ja bisschen keine Heide ja hallo Möwe ich brauche leider deine Fedoren hab dich auch lieb die letzte Fedoren bekomme ich irgendwie nicht sie möchte dich nicht ich will keine Woche wohin möchtest du noch reisen weißt du wir haben noch zwei Stunden mit der Tag ist noch jung wir haben Alkohol und alles mögliche an Essen eigentlich hab ich mal voll ja voll voll ja also komm wir mit wir gehen einfach mal in diese Richtung vielleicht finden wir nochmal so eine Art Sache wo wir sprengen können das wäre voll geil oder oder was oder wir gehen rüber so ein Krokodil holen wie ein Krokodil rüber zu der anderen Welt und holen uns Krokodil oder Wildschweinfleisch würde ich mal ausprobieren ja warte kurz ja ich bin doch da wird wieder gespielt ich hörs auch ja 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 da jetzt sehe ich ihn hey du schrei halt nicht erfahren ha oh was ist mit dem machen da ist doch ne Krippe da haben wir doch glaube ich auch mal irgendwas gehabt ja da hat mir unser Schrank zu kniesen Naja, weil, wir lassen den hier. Naja, naja. Obwohl, warte, kann ich jetzt wieder zusammen... Ich kann immer noch nix bauen. Was möchtest du denn? Du hast auch mal gestimmt. Achso, vielleicht geht's ja deswegen nicht. Deswegen was? Weil, weil ich keine... Ding mehr tragen kann, deswegen. Ja. Weil normal kann ich hier bauen. Stimmt. Jetzt kommt noch... Ja, ja. Du möchtest schon nix nicht. Nein, vielleicht gibt's hier noch irgendwas zu sprengen oder sowas. Man soll schon einfach mal so rumgucken, was es so Neues, was es zu entdecken gibt. Du wolltest da nicht auf deinem Weg gehen. So frischst du dir das auch? Ja, ich hab einen Pilz gegessen, weil es sogar gut für mich war. Da ist ja eine Strandhälfte. Da ist ja eine Strandhälfte. Ja, wo ich mein Kopfkippe fange. Mhm. Vielleicht möchtest du ja da was essen oder sowas. Ja, ich hab einen Schlagerfeuer, der müsste weg sein. Aber wir haben uns so stein gemacht. Echt? Ja. Na dann... Ist sogar alles da. Ja. Kannst du sein? Nein, ich hab voll. Hast du Füße? Füße? Ähm. Ja. Ich muss mich auch schon hoffen. Dein Face. Ja, wenn sie sein Face ist, ne? Oder doch seine Haare. Okay, zumindest sein Face ist. Ja. Also seine... Ja, du wohl eher. Ich is doch kein Menschenfleisch. Ja. Also das muss wahrscheinlich nicht sein. Ja. Ja, ich kann ja auch was zum Beispiel verfallen werden. Nein, nein, ich hab alles Mögliche. Ja, ich hab's ja im Wacke gehabt. Hab ich gesehen. Hä? Ich möchte wieder haben. Ich bin irgendwie... Ich hab nur Vogelfleisch gehabt. Okay. Der war jetzt gut. Warum? Gut, aber dann lautet... Hier gibt's keine Schiffkürze. Gibt's ausgerockt? Weiß nicht. Ich hab noch zwei Beine. Was hast du? Ich hab einen Kopf, einen Weimung, einen Fall. Und einen Satt. Und ein Fleisch. Oh, okay. Ich hab sie wieder gef solchen. Wenn du willst, kann ich dir gehen? Nein, ich guck. Ich guck dir an. Okay. Okay. Dann gehen wir wieder nach oben, wenn wir hier fertig sind. Wie ging's eigentlich nochmal nach oben? Einfach von mir. Ich weiß was. Dass hier immer noch ein Baum gefällt, und es ist nicht willkommen außer uns zu dir. Ja. Bei uns Vogels sind jetzt nicht mit den Bäumen nachgewachsen. Und dann lassen wir ohne, wie's mal los. Ja, du bist doch da. Ja. Ja, du bist doch nicht mit dem Essen. Ja, du bist doch nicht mit dem Essen. Sorry. Warum darfst du mal ein bisschen machen? Du bist doch. Warum darfst du mal ein bisschen? Du bist doch. Du bist doch. Du bist doch nicht mit dem Essen. Ja, so in diese Richtung. Warum machst du verpust, obwohl du dich nicht mehr erlangen kannst? Oder es ist doch? Wurde ja bloß so ein einzelnes Haus. Also das ist ja neu. Diese zwei Wildschweinköpfe oder was auch immer das ist. Was? Das ist da. Das ist ein Wildschwein, ja. Kann man nicht so gut machen, wie das ist. Ja. Da kann ich nicht mehr hier gehen. Das muss sein. Ja. Ja, wohin? Du wolltest doch in die Richtung. Ja, es geht in diese Richtung. Warte, ich trink noch was, ok? Ja. Okay, jetzt trinken wir weiter. Ja. Ein bisschen gestrancht man. Ich finde es schade, dass wir nicht irgendwo weggehen können. Zurück in unsere Hände. Ja. Also bis jetzt hab ich nicht mal einen reingütteln. Und nicht mal einen probieren. Ja, ich auch nicht. Bloß alles voll mit Uhr einfach, oder? Ja komm, schaff ich auch immer wieder. Ich hab eigentlich keine Ausdauer mehr. Ich hab eigentlich keine Ausdauer mehr. Was soll denn? Was denn? Was denn? Hinter dir oder vor dir? Was denn? Bist du mal vor mir? Ja, und dann bist du auch ein bisschen weg. Also hier fahre die Krokodile dann, oder? Ja, hier wir gehen. Wir gehen einfach auf die andere Seite. Und dann gibt's da auf jeden Fall einen Polen, wo ich... Aber Leuchrichtung brauch ich ja glaub ich nicht. Ich hab eins. Und von dem hab ich fünf. Habe ich gemerkt. Das war voll cool. Also wir gehen einfach mal in die Richtung. Richtung... ... 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 ich habe auch keinen Aufbau mehr. Warte, warte auf mich. Ja, was? Okay. Dann warten wir hier kurz. Ja, ich auch. So machst du das selbst zugeben? Okay, ich folge dir. Sehr gut. Guck mal, da können wir da. Haben wir in der Schule auch doch? Mhm.